Ich liege da so in seinen Armen und er beugt sich über mich, typische Hollywood-Kitsch-Szene. Da klappt plötzlich sein Toupet vorne auf und der ganze Schweiß, der sich darunter angesammelt hatte, mitten auf mich rauf, mitten in mein Gesicht. Also die Niagara-Fälle sind nichts dagegen, aber ich, ich bin Profi. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts.